Am 19.02.2024 gegen 15.15 Uhr kollidierten auf der Landstraße 150 in Köln-Höhe-Basell 5 Pkw, wodurch 4 Personen leicht verletzt wurden. Die Straße war bis ca. 18 Uhr gesperrt. Die Straße ist in der Nähe von der Landstraße 150 in Köln-Höhe-Basell 5 Pkw. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das so nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.